Der Schwindelige. Gut, fangen wir an. Willkommen bei Kühlbox. Ruf jemanden an. Es gibt drei Begriffe, die du dem Anrufenden entlocken musst. Die drei Begriffe lauten Tiefschutz, Magenta Sport, Schlittschuh oder Schlittschuhe. Du darfst aber natürlich diese Begriffe nicht nennen. Du darfst natürlich auch nicht sagen, wo du bist und dass ich hier sitze, dass wir hier sind mit der Kamera. Sondern der Anrufer darf natürlich nichts davon merken wissen. Mit wem würdest du das probieren? Das würde dich jetzt freuen. Da rufe ich den Steher Franz an. Oh, Franz Steher. Der wird sich wundern, dass du so crazy Fragen stellen musst. Der wird sich jetzt denken, dass ich völlig bescheuert bin. Okay. Also, schauen wir mal. Ja. Servus, Franz. Alles klar. Ja. Wie viel auf dem Weg noch? Zum Jagern. Zum Jagern. Achso, na ist ja gut, weil dann hast du ja Zeit, oder? Kurz. Ja, ja. Ja. Alles klar. Okay. Du, ähm. Hm. Jetzt habe ich eine komische Frage. Wo schaust du eigentlich immer Eishockey, wenn du es anschaust? Da geht der Sport. Ah, okay. Stimmt, ja genau. Ihr streamt das ja auch immer, ne? Genau. Genau. Ähm. Und was ist bei dir? Du hast immer deine, äh, deine, deine, deine Sachen auf dem, auf dem Eis, deine, dein Arbeitsmaterial aus Plastik. Ne? Das ist ja noch richtig old school. Was ist das? Ja, sag mal. Mein Arbeitsmaterial. Auf dem Eis, ne? Wenn du auf dem Eis stehst auch. Dann hast du ja, dann hast du ja noch ganz alte Dinger aus Plastik. Sieht schon, ja? Ja, genau. Siehst du? Haben wir schon. Ansonsten, äh, zum Jagern fährst, ne? Nein, da brauchst du es nicht. Ähm. Ja, ich bin gerade in einer, in einer etwas verzwickten Situation. Ähm. Aber bis jetzt läuft es super, Franz. Äh. Du, was ist denn, was ist denn der allererste Ausrüstungsgegenstand, den du, den du angezogen hast früher? Bevor du dich, wenn du dich zum Spiel angezogen hast oder zum Training, was ist denn das allererste, was du angezogen hast? Ja, Unterricht. Okay, Schutz eher. Ja, okay, bin schon rausgefallen eigentlich. Das allererste Ausrüstungsteil, das du angezogen hast? Ausrüstungsteil. Ja, es schützt auch das Allerwichtigste. Sonst hätte es meine Schwester nicht gehen. Tiefschutz. Genau. Siehst du? Ja, dann haben wir es schon geschafft eigentlich. Ich soll dich auf jeden Fall ganz, ganz lieb grüßen hier von allen, glaub ich. Ach weh denn? Schöne Grüße, Franz, vom Ehelechner Patrick. Hallo. Ach weh. Ja, von dir, Schwindling, was ist denn? Du bist ja Fliegen, Sänger. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, Franz. Danke, dass du da warst. Du, wir schauen, ob sie ja die Haare liegen. Wunderbar, wie immer. Also, Franz, ich danke dir. Was denkst du jetzt? Was machst du denn eigentlich jetzt? Was machst du denn eigentlich? Ja, du bist jetzt in meiner Show dabei gewesen. Ach so. Du bist im Fernsehen, Franz. Dich kann man bald sehen bei Magenta Sport. Genau. Zumindest hören, sagen wir mal so. Alles klar, wir müssen weitermachen. Ich danke dir, gell? Ja, aber du, pass auf, du hast vergessen deinen Partner. Der Garten läuft super. Ist das so blöd? Du, ich ruf dich nachher nochmal an. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ciao. Überragend. Super. Wie geht es mit dem Garten? Oh, schön. Cool. Geil. Ja, Schutz hätte ich nicht sagen können. Das war eine geile Nummer, aber. Ja, ja. Der Schwindlinge. Der Schwindlinge. Geh jetzt zum Schwindlingen. Ich glaube, ich brauche nochmal einen Tupfer jetzt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.